Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt ja kaum etwas Interessanteres in einer Wissenschaft, als zu sehen und zu erkennen, dass Fehler gemacht worden sind. Also richtig falsche Ideen, lange Zeit einen wissenschaftlichen Betrieb angetrieben haben, um dann hinterher festzustellen, es war leider völlig falsch. Also so nach dem Motto, es gibt so ein paar ganz ehrende Gesetze und die müssen ja, weil sie ehrend sind, richtig sein und dann auf einmal stellen sie sich raus als falsch. Da ist ein Fehler gemacht worden. Mensch, da hat man überhaupt nicht dran gedacht. So gibt es zum Beispiel ein ehrendes Gesetz, das heißt, Planeten, also die Begleiter von Sternen, entstehen immer an einem Ort und dort bleiben sie. Also sogenannte In-Situ-Produktion von Planeten. Also es entsteht um einen Stern ein Planet und wenn er dann entstanden ist, der Planet, dann bleibt er genau da, wo er entstanden ist und dreht über die nächsten Jahrmilliarden seine Runden um den Stern. Ja, das ist so ein ganz ehrendes Gesetz. Und so hat man auch gedacht, dass es so ist. Denn schließlich wusste man ja, also zum Beispiel von der Erde, dass sie seit viereinhalb Milliarden Jahren sich um die Sonne herumdreht. Das weiß man aus den Gesteinen, kann man das ablesen. Die ist also nicht näher gekommen und war auch nie weiter weg, sondern immer um... Und so hatte man das also sich für das gesamte Sonnensystem so ausgedacht, nach dem Motto, in einem Sonnensystem, also um es genauer zu sagen, in einem Planetensystem, sind innen immer Gesteinsplaneten, also erdähnliche Planeten und draußen, das sind Gasplaneten. Ja, hat man gedacht. Und das ist ein ehrendes Gesetz, weil man kannte das Sonnensystem und das Sonnensystem ist der Durchschnittsfall, der kosmische Durchschnittsfall, der kosmische Durchschnittsbürger und deswegen sind innen immer die Gesteinsplaneten und außen sind immer die Gasplaneten. Bis 1995 man zum ersten Mal ein Planetensystem um einen anderen Stern entdeckte. Das heißt, eigentlich war es kein System, man entdeckte genau genommen einen einzigen Planeten, der um seinen Stern herumkreist. Und das war ein Gasplanet, aber nicht weit draußen, sondern nah dran. Wie kommt ein Gasplanet so nah an seinen Stern? Die Frage, um die es nach dieser langen Vorrede heute geht, ist, wandern Planeten? Also entstehen die irgendwo ganz anders und wandern die dann ins Innere, sozusagen? Man spricht von Planetenmigration. Geht das? Und wenn ja, wieso sind in unserem Sonnensystem offenbar die äußeren Planeten nicht gewandert? Denn die sind ja noch draußen. Nur um mal kurz mitzuteilen, wie das eigentlich so ist. Die Erde steht bei eins. Klar, die Erde ist das Beste, was wir kennen, das Schönste und überhaupt das Allerangenehmste. Sie steht bei einem AU, eine astronomische Einheit. Das sind 150 Millionen Kilometer. Jupiter, also merkt es, ist weiter draußen. Fünfmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Also bei uns, wie gesagt, sind die Gasplaneten weit draußen. Der Planet, von dem ich gerade gesprochen habe, der erste extrasolare Planet, der entdeckt wurde, also richtige Planet, der rennt um Pegasus 51 rum, in einem Abstand von nur 23 Lichtsekunden, während die Erde, also acht Lichtminuten von der Sonne entfernt ist, ist dieser Planet von seinem Gestirn nur 23 Lichtsekunden entfernt. Der braucht nur vier Tage, um sein Zentralgestirn zu umkreisen. Also Wahnsinn. Und die Masse, die er hat, sind 160 Erdmassen, also eine halbe Jupitermasse. So, wie kommt der da hin? Der kann da nicht entstanden sein. 160 Erdmassen in Felsen geht nicht, das muss ja was völlig anderes sein, das muss ein Gasplanet sein. Aber wie kommt der da hin? So viel Masse kann ein Planet im Innern einer Scheibe gar nicht aufgesammelt haben. Warum? Ja, ist ja ganz einfach. Also erstens, wenn er so, nehmen wir mal an, er würde da entstehen, in der Nähe des Sterns, dann würde der Sternwind und die Strahlung diesen Planeten sehr, sehr schnell bis auf einen winzig kümmerlichen Gesteinsbrocken einfach auflösen. Die hohe Strahlungsdichte und die Intensität des Sternwindes würde von diesem Planeten einfach Masse abreißen. Der würde richtig viel Masse verlieren. Dann muss man natürlich wissen, wie entstehen denn eigentlich Gasplaneten? Gasplaneten entstehen dadurch, das ist die Standardfolklore, aber Sie wissen ja nach der langen Vorrede dieser Sendung, könnte es sein, dass auch diese Vorstellung falsch ist, aber das ist momentan die Standarderklärung dafür. Ein Gasplanet entsteht dadurch, dass man einen Gesteinskern hat und dieser Gesteinskern systematisch viel Gas ansammelt. Nun muss das Gas natürlich auch kalt sein, damit es angesammelt werden kann. Wenn es nämlich heiß wäre, würde der Gesteinskern es ja nicht schaffen. Die Schwerkraft des Gesteinskerns, viele S, des Gesteinskerns, würde nicht ausreichen, um das Gas sozusagen komplett an sich zu reißen. Das Gas wäre einfach zu schnell. Also muss es kalt sein. Aber wo ist es kalt? In einer Scheibe um einen jungen Stern. Doch nicht innen drin. Nahe an dem Stern ist es naturgemäß. Na, natürlich ist es heiß, ist ja klar. Also das kalte Gas, damit sich ein Gasplanet bilden kann, ist draußen. Also müssen die Planeten, diese großen Planeten, inzwischen gibt es ja, Mensch, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube 170 Stück, diese alles ganz große, also Jupiter-artige Planeten, also Jupiter, um das nochmal zu sagen, 317 Erdmassen, ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Und wir finden halt bei den extrasolaren Planeten aufgrund gewisser Beschränkungen der Messtechnik bis jetzt im Wesentlichen solche schweren Planeten. Und viele davon sind eben extrem nah an ihren Sternen dran. Woher kommen diese großen Planeten? Die müssen irgendwie nach innen gewandert sein. Also wenn die da draußen entstanden sein sollen, denn da ist es ja kalt, da ist das kalte Gas, und nur da können diese großen Gasplaneten entstehen, dann müssen die also irgendwie nach innen gewandert sein. Das Wandern geht aber nur dann, wenn diese Körper ihren Bahndrehimpuls verloren haben. Nicht ihren Eigendrehimpuls, wie die sich selbst drehen, das ist egal. Aber wie die sich um den Stern herumdrehen, davon hängt es natürlich ab, welche Bahn sie um den Stern tatsächlich haben. Denn eine Planetenbahn ist das Resultat von zwei Kräften. Das eine ist eine Dreckheitskraft, die aufgrund der Rotation entsteht, die nach außen zieht, und das andere ist die Schwerkraft des Sterns, die den Planeten festhält. Diese beiden Kräfte sind in einer Balance. Wenn nun der Stern seine Masse nicht verändert, das tut er offenbar nicht, dann kann es nur der Planet sein, der seinen Bahndrehimpuls verliert. Wie verliert man Bahndrehimpuls? Na? Ja, da müssen Sie schon mitdenken. So einfach geht das nicht. Ich kann Ihnen nicht alles erklären. Wie verliert man denn überhaupt Energie? Denn Drehimpuls, der Bahndrehimpuls, hat ja was mit der Rotationsenergie zu tun, durch Reibung. Das heißt, die Planeten, die da draußen entstehen, müssen, wenn sie nach innen wandern sollen, und das scheint ja so zu sein, nach allem, was ich Ihnen erzählt habe, müssen die ihren Bahndrehimpuls durch Reibung an etwas verloren haben. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. In einem gravitativ gebundenen System, wie einem Planetensystem, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Drehimpuls zu transportieren. Zunächst einmal, der Drehimpuls geht nicht verloren. Also irgendwo muss er hin. Wenn jemand, also wenn ein Planet Drehimpuls verliert, und damit nach innen wandert, dann muss der Drehimpuls irgendwo nach draußen transportiert werden. Also irgendein Teilchen muss den Drehimpuls sozusagen übernehmen. Und jetzt müssen Sie sich mal, ich meine, Sie kennen ja auch das Sonnensystem, genau wie ich auch, an was sollen sich denn Planeten reiben? Zwischen den Planeten ist ja nichts. Wie soll denn da eine Drehimpulsänderung zustande kommen? Versetzen wir uns einen winzigen Moment in die Zeit, als eben das Sonnensystem gerade am Werden war, oder auch die anderen Planetensysteme am Werden waren, das ist ja dann so eine Art von Staub-Gas-Scheibe. Und wenn da diese Gesteinsbrocken immer mehr und mehr Gas ansammeln, dann ist ja noch Material da, an dem sich gerieben werden kann. Und so unterscheidet man verschiedene Migrationsgründe. Ein Grund könnte sein, dass ein Planet in der Tat durch Reibung an dieser Gasscheibe Drehimpuls verliert. Das heißt, der wandert dann langsam nach innen. Das hat sich nur leider herausgestellt, also alle Rechnungen bis heute haben sich herausgestellt, als dieser Prozess ist unglaublich effektiv. Das heißt, der Planet, ich will nicht sagen rast, aber er fällt förmlich in Richtung Stern. Das scheint ja nicht passiert zu sein. Scheint ja nicht passiert zu sein, dass der Stern den Planeten sozusagen eingefangen hat. Sondern, was ist mit dem Planeten passiert? Der ist irgendwo gestoppt worden. Sonst würden wir ja die Planeten in den extrasolaren Planetensystemen gar nicht entdecken. Sind sie noch da? Die Tatsache, dass wir Planeten entdecken, bedeutet ja, dass die Planeten nicht in ihre Sterne hineingefallen sind. Also, ist klar. Das bedeutet, mit anderen Worten, der Drehimpulsverlust eines Planeten, eines Gasplaneten, der von außen nach innen wandert, muss irgendwo zu Ende sein. Das lässt sich gut verstehen. In diesem Bild, dass ein Planet in einer Gasscheibe sich reibt. Und da, wo die Gasscheibe nicht mehr ist, kann der Planet auch keine Reibung mehr erfahren, bleibt also dann praktisch auf dieser Bahn. Wo könnte die Gasscheibe zu Ende sein? Natürlich genau da, wo die Strahlung des Sterns von innen diese Gasscheibe sozusagen verdampft hat. So stellt man sich das vor, wie zum Beispiel Jupiter bei fünf astronomischen Einheiten gelandet ist. Der ist also von außen reingewandert. Und bis fünf a.u. hatte die Sonne die Gasscheibe schon ausgefräst mit ihrer Strahlung. Und so blieb der dann da hängen. Dankenswerterweise. Ist günstig. Günstig gelaufen. Bei den anderen ist offenbar die Gasscheibe viel näher an dem jeweiligen Stern gewesen. Und so konnten die Planeten sehr weit nach innen wandern. Aber wie gesagt, die müssen dann wirklich gestoppt worden sein. Was nicht ganz einfach ist. Da sind die tollsten Theorien gemacht worden, dass Magnetfelder möglicherweise wie so eine magnetische Wand da gestanden haben und die weitere Entwicklung der Scheibe gestoppt haben und so weiter. Eine andere Möglichkeit der Migration entsteht dadurch, dass zum Beispiel ein Stern von einem anderen Stern begleitet, kann man nicht sagen, sondern ganz kurz nur angemacht worden ist, um das Wort mal zu verwenden. Also wenn zwei große Massen aneinander vorbeilaufen, dann wird das Gravitationspotenzial dieser beiden Massen ja durch die jeweilig andere Masse gestört. Und da die Planetenmassen ja viel kleiner sind als die Sternmassen, spüren die natürlich etwas davon, dass da ein anderer Stern vorbeigeflogen ist. Und diese Störung des Gravitationspotenzials, also des Schwerkraftfeldes um einen Stern, kann dazu führen, dass ein Planet Drehimpuls verliert. Allerdings, wie Sie sich natürlich schon bildlich vorstellen können, also nehmen wir mal an, an dieser Seite fliegt ein Stern an einem anderen Stern vorbei. Ja? Erzeugt man damit kreisrunde Bahnen? Nö. Also hier, ich meine, bei unserem, habe ich Ihnen ja gar nicht erzählt, habe ich ganz vergessen, dass die Bahnexzentrizität, also die Bahnform mit anderen Worten, der Planeten in unserem Sonnensystem sind ja also fast kreisrund. Auch, wir wissen natürlich alle, Kepler, Ellipsenbahnen und so weiter. Nein, in unserem Sonnensystem braucht es schon einen Kepler, um zu erkennen, dass die Bahn des Mars zum Beispiel kein vollkommener Kreis ist, sondern eine Ellipse. Also die Bahnformen des Sonnensystems sind sehr kreisrund. Und eine Störung durch einen Begleiter führt natürlich nicht zu einer kreisrunden Bahn, sondern zu einer außerordentlich elliptischen Bahn, weil ja die Störung nur auf einer Seite war. Während dieser Drehimpulstransport in einer Gasscheibe, weil die Gasscheibe ja schön, wie wir sagen, axialsymmetrisch ist, also schön kreisrund, die würde sehr wohl dazu führen, dass die Bahnen der Planeten in dem jeweiligen System durchaus eine kleine, um fast, nicht zu sagen, fast verschwindende Exzentrizität haben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, nicht nur, dass ein Begleiter da ist oder dass da eine Gasscheibe reibt, sondern dass ein Planet während seiner Entstehung, ein Gasplanet während seiner Entstehung sozusagen schon Drehimpuls verliert. Denn so eine Gasscheibe ist ja jetzt nun kein ruhiges Medium, sondern das Medium ist turbulent, da sind also große Bewegungen im Schwange. Und wenn ein solcher Planet anfängt, das Gas aufzusammeln, dann könnte er während des Aufsammelns, weil er, ja, wie soll ich das sagen, wie so ein, wie eine Störung in einer Flüssigkeit. Wenn die sich sehr schnell bewegt, dann erzeugt diese Störung in einer Flüssigkeit, also, was weiß ich, irgendein Hindernis, nach vorne und hinten eine Welle. Und diese Welle könnte tatsächlich dazu führen, dass dieser Körper seinen Drehimpuls verliert mit der Zeit. Also wahrscheinlich ist es so, dass alle Prozesse, die man sich ausdenken kann, wie ein Planet Drehimpuls verliert im Laufe der Zeit, dass die wahrscheinlich alle ihre Anteile haben an der Wanderungsbewegung von Planeten. Aber man muss auch sagen, man ist in dieser Hinsicht noch auf einem Weg hin zu einer Theorie, die möglicherweise auch mal endlich Vorhersagen macht, womit man tatsächlich auch zufrieden ist. Momentan sind die Diskussionen da sehr kontrovers. Es sind sich alle einig, die Dinger, die großen Gasplaneten können da nicht entstanden sein, die müssen nach innen gewandert sein. Aber sie erinnern sich vielleicht noch an den Anfang der Sendung. So Theorien haben ja immer nur eine gewisse Haltbarkeit. Momentan ist das eine Theorie. Aber vielleicht ist das ja auch schon wieder ein Fehler. Gott sei Dank sind wir ja in der Astronomie, nicht in der Formel 1. Da sagt ja jemand wie der Priatore zum Beispiel, Fehler darf jeder machen. Einen. Wenn er einen zweiten macht, fliegt er raus. Das ist ja auch schon wieder einig, 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 das ist ja auch schon wieder einig. Und zu Ende sein. Das lässt sich gut verstehen in diesem Bild, dass ein Planet in einer Gasscheibe sich reibt und da wo die Gasscheibe nicht mehr ist, kann der Planet auch keine Reibung mehr erfahren, bleibt also dann praktisch auf dieser Bahn. Wo könnte die Gasscheibe zu Ende sein? Natürlich genau da, wo die Strahlung des Sterns von innen diese Gasscheibe sozusagen verdampft hat. So stellt man sich das vor, wie zum Beispiel Jupiter bei fünf astronomischen Einheiten gelandet ist. Der ist also von außen reingewandert und bis 5 a. u. hatte die Sonne die Gasscheibe schon ausgefräst mit ihrer Strahlung und so blieb der dann da hängen, dankenswerterweise. Das ist günstig, günstig gelaufen. Bei den anderen ist offenbar die Gasscheibe viel näher an dem jeweiligen Stern gewesen und so konnten die Planeten sehr weit nach innen wandern. Aber wie gesagt, die müssen dann wirklich gestoppt worden sein. Was nicht ganz einfach ist, da sind die tollsten Theorien gemacht worden, dass Magnetfelder möglicherweise wie so eine magnetische Wand da gestanden haben und die weitere Entwicklung der Scheibe gestoppt haben und so weiter. Eine andere Möglichkeit der Migration entsteht dadurch, dass zum Beispiel ein Stern von einem anderen Stern begleitet, kann man nicht sagen, sondern ganz kurz nur angemacht worden ist, um das Wort mal zu verwenden. Also wenn zwei große Massen aneinander vorbeilaufen, dann wird das Gravitationspotenzial dieser beiden Massen ja durch die jeweilig andere Masse gestört. Und da die Planetenmassen ja viel kleiner sind als die Sternmassen, spüren die natürlich etwas davon, dass da ein anderer Stern vorbeigeflogen ist. Und diese Störung des Gravitationspotenzials, also des Schwerkraftfeldes um einen Stern, kann dazu führen, dass ein Planet Drehimpuls verliert. Allerdings, wie Sie sich natürlich schon bildlich vorstellen können, also nehmen wir mal an, an dieser Seite fliegt ein Stern an einem anderen Stern vorbei. Erzeugt man damit kreisrunde Bahnen? Nö. Also hier, ich meine, bei unserem, habe ich Ihnen ja gar nicht erzählt, habe ich ganz vergessen, dass die Bahnexzentrizität, also die Bahnform mit anderen Worten, der Planeten in unserem Sonnensystem sind ja also fast kreisrund. Und auch, Sie wissen natürlich alle, Kepler, Ellipsenbahnen und so weiter. Nein, in unserem Sonnensystem braucht es schon einen Kepler, um zu erkennen, dass die Bahn des Mars zum Beispiel kein vollkommener Kreis ist, sondern eine Ellipse. Also die Bahnformen des Sonnensystems sind sehr kreisrund. Und eine Störung durch einen Begleiter führt natürlich nicht zu einer kreisrunden Bahn, sondern zu einer außerordentlich elliptischen Bahn, weil ja die Störung nur auf einer Seite war. Während dieser Drehimpulstransport in einer Gasscheibe, weil die Gasscheibe ja schön, wie wir sagen, axial-symmetrisch ist, also schön kreisrund, die würde sehr wohl dazu führen, dass die Bahnen der Planeten in dem jeweiligen System durchaus eine kleine, um fast, nicht zu sagen, fast verschwindende Exzentrizität haben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, nicht nur, dass ein Begleiter da ist oder dass da eine Gasscheibe reibt, sondern dass ein Planet doppelt so schwer wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Und wir finden halt bei den extrasolaren Planeten aufgrund gewisser Beschränkungen der Messtechnik bis jetzt im Wesentlichen solche schweren Planeten. Und viele davon sind eben extrem nah an ihren Sternen dran. Woher kommen diese großen Planeten? Die müssen irgendwie nach innen gewandert sein. Also wenn die da draußen entstanden sein sollen, denn da ist es ja kalt, da ist das kalte Gas und nur da können diese großen Gasplaneten entstehen, dann müssen die also irgendwie nach innen gewandert sein. Das Wandern geht aber nur dann, wenn diese Körper ihren Bahndrehimpuls verloren haben. Nicht ihren Eigendrehimpuls. Wie die sich selbst drehen, das ist egal. Aber wie die sich um den Stern herumdrehen, davon hängt es natürlich ab, welche Bahn sie um den Stern tatsächlich haben. Denn eine Planetenbahn ist das Resultat von zwei Kräften. Das eine ist eine Drehkartskraft, die aufgrund der Rotation entsteht, die nach außen zieht und das andere ist die Schwerkraft des Sterns, die den Planeten festhält. Diese beiden Kräfte sind ja in der Balance. Wenn nun der Stern seine Masse nicht verändert, das tut er offenbar nicht, dann kann es nur der Planet sein, der seinen Bahndrehimpuls verliert. Wie verliert man Bahndrehimpuls? Na? Ja, da müssen Sie schon mitdenken. So einfach geht das nicht. Ich kann Ihnen nicht alles erklären. Wie verliert man denn überhaupt Energie? Denn der Bahndrehimpuls hat ja was mit der Rotationsenergie zu tun. Durch Reibung. Das heißt, die Planeten, die da draußen entstehen, müssen, wenn sie nach innen wandern sollen, und das scheint ja so zu sein, nach allem, was ich Ihnen erzählt habe, müssen die ihren Bahndrehimpuls durch Reibung an etwas verloren haben. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. In einem gravitativ gebundenen System, wie einem Planetensystem, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Drehimpuls zu transportieren. Zunächst einmal, der Drehimpuls geht nicht verloren. Also irgendwo muss er hin. Wenn ein Planet Drehimpuls verliert und damit nach innen wandert, dann muss der Drehimpuls irgendwo nach draußen transportiert werden. Also irgendein Teilchen muss den Drehimpuls sozusagen übernehmen. Und jetzt müssen Sie sich mal, ich meine, Sie kennen ja auch das Sonnensystem, genau wie ich auch, an was sollen sich denn Planeten reiben? Zwischen den Planeten ist ja nichts. Wie soll denn da eine Drehimpulsänderung zustande kommen? Versetzen wir uns einen winzigen Moment in die Zeit, als eben das Sonnensystem gerade am Werden war, oder auch die anderen Planetensysteme am Werden waren, das ist ja dann so eine Art von Staub-Gas-Scheibe. Und wenn da diese Gesteinsbrocken immer mehr und mehr Gas ansammeln, dann ist ja noch Material da, an dem sich gerieben werden kann. Und so unterscheidet man verschiedene Migrationsgründe. Ein Grund könnte sein, dass ein Planet in der Tat durch Reibung an dieser Gasscheibe Drehimpuls verliert. Das heißt, der wandert dann langsam nach innen. Das hat sich nur leider herausgestellt, also alle Rechnungen bis heute haben sich herausgestellt, als dieser Prozess ist unglaublich effektiv. Das heißt, der Planet, dass die Bahn des Mars zum Beispiel kein vollkommener Kreis ist, sondern eine Ellipse. Also die Bahnformen des Sonnensystems sind sehr kreisrund. Und eine Störung durch einen Begleiter führt natürlich nicht zu einer kreisrunden Bahn, sondern zu einer außerordentlich elliptischen Bahn, weil ja die Störung nur auf einer Seite war. Während dieser Drehimpulstransport in einer Gasscheibe, weil die Gasscheibe ja schön, wie wir sagen, axial-symmetrisch ist, also schön kreisrund, die würde sehr wohl dazu führen, dass die Bahnen der Planeten in dem jeweiligen System durchaus eine kleine, um fast nicht zu sagen fast verschwindende Exzentrizität haben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, nicht nur, dass ein Begleiter da ist oder dass da eine Gasscheibe reibt, sondern dass ein Gasplanet während seiner Entstehung sozusagen schon Drehimpuls verliert. Denn so eine Gasscheibe ist ja jetzt nun kein ruhiges Medium, sondern das Medium ist turbulent, da sind also große Bewegungen im Schwange. Und wenn ein solcher Planet anfängt, das Gas aufzusammeln, dann könnte er während des Aufsammelns, weil er, wie soll ich das sagen, wie so ein, wie eine Störung in einer Flüssigkeit. Wenn die sich sehr schnell bewegt, dann erzeugt diese Störung in einer Flüssigkeit, also, was weiß ich, irgendein Hindernis, nach vorne und hinten eine Welle. Und diese Welle könnte tatsächlich dazu führen, dass dieser Körper seinen Drehimpuls verliert mit der Zeit. Also wahrscheinlich ist es so, dass alle Prozesse, die man sich ausdenken kann, wie ein Planet Drehimpuls verliert im Laufe der Zeit, dass die wahrscheinlich alle ihre Anteile haben an der Wanderungsbewegung von Planeten. Aber man muss auch sagen, man ist in dieser Hinsicht noch auf einem Weg hin zu einer Theorie, die möglicherweise auch mal endlich Vorhersagen macht, womit man tatsächlich auch zufrieden ist. Momentan sind die Diskussionen da sehr kontrovers. Es sind sich alle einig, die Dinger, die großen Gasplaneten können da nicht entstanden sein, die müssen nach innen gewandert sein. Aber sie erinnern sich vielleicht noch an den Anfang der Sendung. So Theorien haben ja immer nur eine gewisse Haltbarkeit. Momentan ist das eine Theorie. Aber vielleicht ist das ja auch schon wieder ein Fehler. Gott sei Dank sind wir ja in der Astronomie, nicht in der Formel 1. Da sagt ja jemand wie der Priatore zum Beispiel, Fehler darf jeder machen. Einen. Wenn er einen zweiten macht, fliegt er raus. Das ist ja auch schon wieder ein Fehler. Im Sonnensystem, also um es genauer zu sagen, in einem Planetensystem, sind innen immer Gesteinsplaneten, also erdähnliche Planeten, und draußen, das sind Gasplaneten. Ja, hat man gedacht. Und das ist ein ehrenes Gesetz, weil man kannte das Sonnensystem, und das Sonnensystem ist der Durchschnittsfall, der kosmische Durchschnittsfall, der kosmische Durchschnittsbürger, und deswegen sind innen immer die Gesteinsplaneten, und außen sind immer die Gasplaneten. Bis 1995 man zum ersten Mal ein Planetensystem um einen anderen Stern entdeckte. Das heißt, eigentlich war es kein System, man entdeckte genau genommen einen einzigen Planeten, der um seinen Stern herumkreist. Und das war ein Gasplanet, aber nicht weit draußen, sondern nah dran. Wie kommt ein Gasplanet so nah an seinen Stern? Die Frage, um die es nach dieser langen Vorrede heute geht, ist, wandern Planeten? Also, entstehen die irgendwo ganz anders, und wandern die dann ins Innere, sozusagen? Man spricht von Planetenmigration. Geht das? Und wenn ja, wieso sind in unserem Sonnensystem offenbar die äußeren Planeten nicht gewandert? Denn die sind ja noch draußen. Nur, um mal kurz mitzuteilen, wie das eigentlich so ist. Die Erde steht bei eins. Klar, die Erde ist das Beste, was wir kennen, das Schönste und überhaupt das Allerangenehmste. Sie steht bei einem AU. Eine astronomische Einheit. Ja, das sind 150 Millionen Kilometer. Jupiter ist weiter draußen. Fünfmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Also, bei uns, wie gesagt, sind die Gasplaneten weit draußen. Der Planet, von dem ich gerade gesprochen habe, der erste extrasolare Planet, der entdeckt wurde, also das richtige Planet, der rennt um Pegasus 51 rum, in einem Abstand von nur 23 Lichtsekunden, während die Erde, also acht Lichtminuten von der Sonne entfernt ist, ist dieser Planet von seinem Gestirn nur 23 Lichtsekunden entfernt. Der braucht nur vier Tage, um sein Zentralgestirn zu umkreisen. Also, Wahnsinn. Und die Masse, die er hat, sind 160 Erdmassen, also eine halbe Jupitermasse. So. Wie kommt der da hin? Der kann da nicht entstanden sein. 160 Erdmassen in Felsen geht nicht. Das muss ja was völlig anderes sein. Das muss ein Gasplanet sein. Aber wie kommt der da hin? So viel Masse kann ein Planet im Innern einer Scheibe gar nicht aufgesammelt haben. Warum? Ja, ist doch ganz einfach. Also erstens, wenn er so, nehmen wir mal an, er würde da entstehen, in der Nähe des Sterns, dann würde der Sternwind und die Strahlung diesen Planeten sehr, sehr schnell bis auf einen winzig-kümmerlichen Gesteinsbrocken einfach auflösen. Die hohe Strahlungsdichte und die Intensität des Sternwindes würde von diesem Planeten einfach Masse abreißen. Der würde richtig viel Masse verlieren. Dann muss man natürlich wissen, wie entstehen denn eigentlich Gasplaneten? Gasplaneten entstehen dadurch, das ist die Standardfolklore, aber Sie wissen ja nach der langen Vorrede dieser Sendung, könnte es sein, dass auch diese Vorstellung falsch ist, aber das ist momentan die Standarderklärung dafür. Ein Gasplanet entsteht dadurch, dass man ...